Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Caro sagt, ich soll eine Wand einreißen, und zwar diese hier. Sie würde dem ganzen Raum Licht nehmen und das offene Raumgefühl wäre ohne die Wand besser. Ich glaube, wenn ich sie ganz einreiße, ist es auch nicht gut. Ich mache mal den oberen Teil und schauen wir mal, was sie dann sagt. Sie wollte auch vorbeikommen. Ich glaube, sie wollte auch noch irgendwas am Weg machen. Schauen wir mal, was sie da vorhat. Wenn euch das Video gefällt, dann nicht vergessen, das Ganze zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich kann jetzt höchstens, was ich machen kann. Hör auf mit der Kamera. Schatz, ich will aber dir doch was zeigen. Ich weiß, dass dein Weg wirklich schön ist und dass ich es mit den großen Steinen versaut habe. Aber jetzt komm mal mit. Ich brauche deine Meinung und zeig dir mal was. Du hast dir ja gewünscht, dass ich die Mauer weg mache. Findest du es? Dann müsste das hier auch noch. Also es müsste noch was weg. Ja. Also die Caro sagt, noch eine Reihe weg. Also mache ich noch eine Reihe weg. Das sieht viel größer und schöner aus. Oder findest du nicht? Doch. Ist heller jetzt alles. Ja. Ich finde es so ist schon gut. Und man guckt halt direkt in den Raum, wenn man reinkommt. Ja. Finde ich gut. Sie ist zufrieden. Juhu. Filmst du jetzt schon wieder? Ich filme alles. Das ist ehmals auf der Nase, ne? Hör mal. Ich hasse das, dass du dir jetzt gerade alles filmst. Geht ja auf den Sack. Hier. Entweder kloppen wir die Steine weg, wenn wir die da wegkloppen. Die dicken, oder was? Ja. Ja. Kann man machen. Willst du kloppen? Ja, aber warum dann nicht mit der Spitzhecke? Nee, das geht so. Da bin ich sicher. Das ist doch Bullshit. Hä? Doch, da brauchst du nur ein bisschen Kraft. Ja, gut. Aber ich habe halt gar keinen Schutz für das Spritzaffol. Boah, nee, mach du das. Seid dran, zieht. Das ist ja voll jetzt weg. Okay, 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 okay. Ich bin stolz auf die Stadt. Kuss. 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 Bist du glücklich mit deinem Werk? Ja.